Hast du schon einmal versucht, diese IP-Adresse hier anzupingen? Warum erhält man dann eine Antwort vom Localhost? Handelt es sich bei diesen beiden IP-Adressen etwa um dieselbe? Das klären wir in diesem Video. Die IP-Adresse 127.0.0.1 ist eine spezielle Adresse, die auf jedem Computer als Loopback-Adresse definiert ist. Diese Adresse wird oft auch als Localhost bezeichnet, was bedeutet, dass sie auf den aktuellen Computer verweist, auf dem man sich gerade befindet, unabhängig von der tatsächlichen Netzwerkverbindung. Wenn ein Computer die Adresse 127.0.0.1 verwendet, kommuniziert er also mit sich selbst über das lokale Netzwerkinterface. Damit ist auch klar, was dieses Meme hier bedeutet. There is no place like 127.0.0.1. Normalerweise heißt es ja, there is no place like home. Und im Prinzip stellt 127.0.0.1 die Heimat-Adresse auf dem eigenen Computer dar. Daher there is no place like Localhost. Wenn wir beispielsweise einen XAM-Server lokal auf unserem Rechner starten und die URL-Leiste 127.0.0.1 oder auch einfach nur Localhost eingeben, dann werden wir auf die Default-Page des Servers auf unserem eigenen Computer weitergeleitet. Dass du also den Localhost nicht pingen kannst, ist demnach nicht möglich, denn du solltest dich schließlich immer selbst erreichen können. Wichtig! 127.0.0.1 ist nicht die IP-Adresse, über die andere Computer einen selbst im lokalen Netzwerk ansprechen können. Wenn ich jetzt beispielsweise von einem anderen Computer diese Seite hier aufrufen möchte, dann muss ich zuerst mit if-config oder ip-config, wenn ich mich auf einem Windows-Rechner befinde, die IP-Adresse im Netzwerk herausfinden und diese dann von dem anderen Rechner aus aufrufen. 0.0.0.0.0 ist hingegen eine nicht-rootbare IPv4-Adresse, die eine andere Bedeutung hat. Sie wird als unbestimmte oder beliebige Adresse verwendet. Wenn ein Server auf die Adresse 0.0.0.0 bindet, bedeutet das, dass er auf allen verfügbaren Netzwerkinterfaces lauscht und auf eingehende Verbindungen von allen IP-Adressen auf dem Host wartet. Binden bedeutet im Allgemeinen, dass der Server sich auf eine bestimmte Netzwerkadresse und einen Port festlegt. Das heißt, der Server sagt dem Betriebssystem, auf welche IPv4-Adresse und auf welchen Port er auf eingehende Netzwerkverbindungen warten soll. Das wird zum Beispiel genutzt, um in Python einen Server zu programmieren. Wenn du beispielsweise mit dem Befehl python-m http-server ein bereits vorgefertigtes Skript zur schnellen Bereitstellung eines Servers startest, dann wird dir die Meldung serving HTTP on 0.0.0.0.0 Port 8000 angezeigt. Python bindet also nicht auf die Localhost-Adresse 127.0.0.1, sondern auf die unbestimmte Adresse 0.0.0.0.0. Das ist auch notwendig, denn wenn du den Server selbst über einen Socket programmierst und als Adresse 127.0.0.1 einträgst, wird dir bei dem Verbindungsversuch über einen Python-Client von einem anderen Computer aus die Meldung connection refused angezeigt, weil wir uns nicht nur lokal auf dem Rechner befinden, auf dem auch der Server läuft. 0.0.0.0.0 wird oft in Serverkonfigurationen verwendet, wenn der Server auf allen Netzwerkinterfaces des Hosts verfügbar sein soll. Außerdem kann es dabei helfen, den Server von Clients auf verschiedene Netzwerkadressen erreichbar zu machen. In Kombination mit einem Port, zum Beispiel 1337, gibt die IP-Adresse an, auf welchem Netzwerkinterface und Port der Server auf eingehende Verbindungen wartet. Ob man dafür nun 127.0.0.1 oder 0.0.0.0 nutzt, hängt von den Anforderungen des Servers ab. Wenn der Server nur auf demselben Computer lokal erreichbar sein soll, verwendet man 127.0.0.1, also den Localhost. Wenn der Server von anderen Geräten im lokalen Netzwerk aus erreichbar sein soll, verwendet man entweder die IP-Adresse des lokalen Netzwerkinterfaces, also zum Beispiel die 192.168.56.1, also die IP-Adresse, die der Rechner im Netzwerk hat, oder 0.0.0.0.0, um auf allen Netzwerkinterfaces zu lauschen. Und dann, wenn der Server ist,